Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir machen weiter. Faulige Küste haben den letzten Abschnitt. Wollte ich sagen, beginnen wir mit dem Spaß. Heilung haben wir dabei, das heißt brauchen wir jetzt keine, können aber hier, haben wir es doch gekriegt. Upgrade-Kit haben wir eins gekriegt. Okay. Das heißt wir können unsere Waffe bearbeiten. Ich will mal noch schauen. Reichweite heilen der Eigenschaft wird auf 73 erst erhöht. Okay. Natürlich nice, ne? So, Munition ist voll. Weiter geht's. Was haben wir denn hier? Wir haben Kit, Dokument, Hand und ja, okay. Wieder von allem eins. So, erstmal das hier weg, weil sonst bimmelt es hier die ganze Zeit. Das wäre uncool. Hört nämlich. Sicherheitshalber schauen wir natürlich auch die Bäume an. Ach, guck mal halt mal. Wird da so eine richtig unmögliche Stelle sein? Räumchen absuchen. Räumchen absuchen. Der übersetzt noch keine Zombie-Hand. Verbiegen. So. Auf dem Bäumchen dackelt's ja auch nicht, ne? Nö. Auf dem Bäumchen dackelt's ja auch nicht, ne? Nö. Teilweise ist die halt wirklich an unmöglichen Stellen. Das ist halt das Miese. Halt genau an so Stellen, wo man manchmal gar nicht so dran denken würde. Was zur Hölle, Alter? Auf dem. Auf auf in den Höllenformen. So. Oh, ein hübscher Brandaufsatz. Sagen wir natürlich nicht nö. Oh Mann, ich ahne Schreckliches. Ja, da kommt unser Kamerad wieder. Hatten wir den bis jetzt schon? Ich glaube nicht. Ach, der ist auch halt maximal nervig, ne? Alter, ich kann halt hier. Oh wow, oh wow. Oh wow, Alter. Was der halt aushält. Jetzt hab ich wegen dem Vollmann der Heilung verplempert, ey. Okay. Die nehmen wir natürlich mit. Sovorn wir da durchgehen, schauen wir uns jetzt hier um, weil ich gehe davon aus, dass hier definitiv Sammelsachen sind. Eigentlich meistens so. Meistens liegt es auch einfach nur dumm auf irgend so einem Fass. Ich habe gerade nicht danach aus, ne? Aber traurig, du. Da kam der Heini raus. Da sind wir runter. Links weg sind wir schon, ne? Ja, dann haben wir geschaut. Daran haben wir auch geschaut. Hier noch nicht. Sieht aber auch nicht danach aus. Hm. Da geht's dann gleich weiter. Was hier? Zeigt uns, dass es hier weitergeht. Schade, schade. Alter, wo schieße ich denn hin? Ach Gott. Ey, das gibt's nicht. Nichts in dem Keller oder was? Da ist das Kid. Au. Mal weg, ihr scheiße. So ein Biest. Hä? Wo kommt der denn her? Wir müssen halt aufpassen, dass die nicht von hinten kommen, ne? Weiss ist sicher. Wo sind denn auch nicht in der ersten Schritt? Säuche ich? Nein, nein. Assiedschen. Dann geht's noch nicht in der finanzielle. Gibt's da auch nicht in der Hand. Dann gehen wir. Dann geht's mir her. Ich bin jetzt. Dann geht's mir da hinten. Dann geht's mir so. Dann bin ich. Dann geht's mir da. Dann geht's mir da. Dann geht's mir da. Zumindest haben wir das Kred. Hier noch ein paar Sachen. Ah, ich weiß nicht. Also die elektrischen Stolperminen finde ich halt nicht so nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir mal auf die Dächer. Oder so ein kleines Händchen drum dackeln sehen, sieht aber nicht da noch aus. So wird die wahrscheinlich noch kommen. Habt ihr hier wieder genügend? Platz. Zum Schauen. Und das hier ist der Hellenturm wahrscheinlich, ne? Blutfontäne. Ne, die wollen wir tatsächlich noch nicht aktivieren. Die kann noch kurz warten. Möchte tatsächlich erst die Sammelsachen finden. Rausgesetzt, sie sind jetzt hier verstreut. Hier ist glaub auch der Spot, oder? Ich weiß gar nicht. Ne, da war er schon. Gibt's? Wirklich rein gar nichts zum Sammeln, oder wie? Doch, da, guck. Moment. Nur die Frage, wo ist das kleine Händchen? Außer das kommt alles noch. Wir brauchen jetzt noch den Comic und das Dokument auf jeden Fall. Äh, das Comic und die Hand, nicht das Dokument. Dokument haben wir ja. Ja, das sah grad so aus, aber da ist keine. Von der Mauer dackelt halt auch nix, ne? Der hat gedacht, dass die eventuell auf der Mauer oder auf dem Haus oder so'n Scheiß. Weil das ja meistens so ist. Also, ich hab's noch nicht richtig entdeckt. Da hoch. Hier ist. Absuchen. Ja, es kann natürlich sein, dass die auch erst noch kommt. Oben vielleicht. Wäre eine Option, aber nein. Ich denke mal, die kommt dann eventuell noch. Irgendwann ging gerade der Feuermelder, wie sich das angehört hat. Ja, das muss man da füllen, ne? Da können wir eigentlich auf die andere Waffe gehen. Da können wir mal kommen. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja und der explodiert halt erstmal neben mir. Geh doch weg. Ich habe doch schon wieder so einen Schreihalz. Da rennt er doch. Yo, 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 yo. Erstmal da weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Die Schreihis sind halt echt. Also nicht die Schreihis, das sind ja jetzt die Selbstmörder. Die Schreihis sind aber auch eklig, dieser Kreisch. Der fuckt auch maximal ab, tatsächlich. Halleluja. Abgeschlossen. Lass mal die Restlegen hier abknallen. Oh. Giant Staff. Die Schreihis sind aber auch noch nicht. Okay. Also nachdem die Zombie Hand ja hier nicht ist. Schauen wir mal weiter. Vielleicht ist sie hier. Ich hätte halt echt gedacht, dass er da oben drin ist. Will ich jetzt wahrscheinlich gar nicht wissen warum. Einmal im Kreis herum. Ein paar Sachen fehlen hier noch. Wir lösen jetzt erstmal nichts aus. Ich möchte nämlich erst mich hier umschauen. Tatsächlich. Sollen wir die hier nehmen? Muss man sicher sein, dass der echt nicht drin ist. Echt komisch. Ich habe aber auch den Comic nicht gefunden. Da ist ein Gruselbäumchen. Ich selber auch nicht. Da ist was, aber das schaut eher nach Munition aus. Das muss ich manuell auslösen. Ach, das gibt es ja nicht. Vielleicht ist ja hier doch irgendwie. Da kommen wir nicht ran. Ich laufe jetzt einfach nochmal den Garten ab, so Geld halber. Ich finde hier wenigstens noch den Comic. der Blutturm. Nix. Schon. Manchmal liegt es ja so richtig hässlich im Eck. Auch nix. Nö. Mal hier oben schauen. Hier ist keine Hand. Und jetzt nirgends so eine rumdackeln. Kommen wir auch nie mehr zurück, ne? Das ist natürlich blöd jetzt. Dann habe ich zwei Sachen verpennt. Außer es erwartet uns noch irgendwas. Es brauche weniger als zwei Minuten, um den Metzler zu besiegen. Ach, das war der Dicke da. Aktivieren wir halt einfach mal. Hitlers Falle überleben. Ach Gottchen. Das hört sich wieder schön an. Ach ja, ein Sniper. Hau ab. Schauen wir uns jetzt erstmal hier um. Hätte halt auch sein können, dass eventuell... wenn er halt auf so'n Teilzeitraum spätzt wird, so'n Händchen. Oh Mann, der ist ja noch ein Sniper. Aber nicht schön. Flinkt der denn schon wieder rum? Jo. Linke Seite, da dahinter. Jetzt ist er auch da hinten. Bleib doch mal da! Hau doch nicht ab! Sniper down! Geht doch! Sniper auch. Jo. Ja, wo die Falle in Klammern und Hitlers Falle hier, die ist jetzt nicht so schlimm. Also habe ich schon wesentlich schlimmer das überleben müssen. Was geht jetzt hier eigentlich tatsächlich? Hm? Noch so einer. Wo ist der denn jetzt hier? Jo. Und er macht halt einfach, wenn ich den Take down. Jetzt aber. Wichtig, ich brauche ja hier Heilung. Leben ist immer wichtig. Want noch was? Jo. Scheiße, Alter, das ist doch noch so'n fetter. Die Strider sind Assi-Sniper, Alter. Reicht ich doch, Junge. Ich eile hinfort. Es sind noch zwei von denen. Er läuft. Ja, das ist ja richtig schön. Ist ja richtig schön. Oh Gott. Oh Gott. Weg, Alter. Geh. Mach. Scheiße. muss ihr F. Gut. Ja, Stefan. tid gibt. Das war's für heute. Was ist denn der andere Dicke? Oh fuck die Leute. Dieser Sniper, der geht mir nicht richtig aufs Loch. Jetzt ist er weg. Ah, richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal hier ein bisschen leben. Alter, da ist noch so einer. Oh Mann. Wie viel kommen denn da jetzt von diesen blöden Sniper? Die sind halt echt nervig. Die sind halt total nervig. Jawohl. Jawohl. Du musst es halt. So. 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 Oh wow, Alter, das ist halt echt. Hm. Geh ich so maximal am Arsch. Geh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020